Toblerone Toblerone Out on its own Triangular chocolate That's Toblerone Made with triangular almonds From triangular trees And triangular honey From triangular bees Mein Name ist Katja Klee von der Beisix Brandy Motion AG Wir sind die Verantwortliche Agentur für die Umsetzung der Toblerone City Events Toblerone City Events Führen wir durch in vier verschiedene Städte Das ist Genf, Basel, Bern und Zürich Die Idee der Umsetzung ist ein aktivierendes Element drin zu haben wo die Leute ihre Verpackungen anbringen und selber mithelfen am Turmbau Plus haben wir die Möglichkeit geschaffen, um an diesen Gnussoasen die Ingredienzen der Toblerone spüren, schmücken und natürlich auch probieren Die Gnussoasen haben wir zudem umgesetzt in Form von einem Schweizerkreuz, also wenn man es oben anschaut, ist es ein Schweizerkreuz der auch wieder auf den Claim einzahlt, ein wahres Stück Schweiz Die Gnussoasen Die Gnussoasen In meinen 60er Jahren in der Lengasse habe ich gearbeitet und jeden Tag habe ich sie geschmückt aber ich bin ein heisser Tobler aber ich bin leider niemals verwandt Ich habe keine Aktien, das ist eben der Misch Habt ihr es aber trotzdem gegeben? Ja, die Schwarze ist die Beste Jetzt gibt es neue Sorten, die ist gut das Rote Fingerticktop und das Blaue mit dem Weissen Ja, sehr gut Jetzt auch die verschiedenen Sorten, die es gibt sind auch sehr gut, schon alle probiert Top! Ich hasse es sehr gerne Vor ewig Ja, seit ich klein bin eigentlich das haben wir als Kind schon gegessen Eigentlich schon seit ich fünf bin oder so Auch schon seit etwa 20 Jahre Ja, also seit ich klein bin, fünf Jahre Ja, die Berner Das ist logisch Wir sind nicht die Langsamsten Wir sind die Schnellsten Das Basel gewinnt Das ist logisch Ja, wenn ich schaue das schöne Wetter Und die Leute, die so aufgestellt sind die alle die Doblerone einwerfen Das geht ja schnell wie der Teufel Schneller als Zürich Zürich Ich würde sagen, sicher Bern Bern soll schon, wenn es denn da schon gegründet worden ist Immer Bern, wir sind die Schnellsten Hundert Jahre Hundert? Ja, etwa hundert Jahre Das weiss ich nicht Hallo, mein Name ist Philipp Wallisch Ich bin der Marketingverantwortliche von Doblerone Schweiz Wir feiern heuer hundertjähriges Doblerone Jubiläum Und Ziel war es mit unseren Konsumenten gemeinsam Doblerone zu feiern und ihnen die Marke erlebbar und greifbar zu machen Musik Ich bin der Enkel von Theodor Dobler und mit dem Hundertjahr Jubiläum von Doblerone habe ich mich seit einem Jahr beschäftigt Ich habe nämlich ein Buch mitgeschrieben das zum Jubiläum ist herausgekommen Und heute ist es so ein schöner Tag Ich habe gedacht Ja, können wir mal schauen was jetzt hier in Bern läuft Und ich bin wirklich überrascht Das ist toll Das Wetter ist toll Offenbar haben hier Ich habe die Leute von Bern wirklich den Ehrgeiz gehabt das Doblerone Event nach Bern zu holen und die Ambiance ist ganz schön Gratulieren zu diesem Fest und die Ambiance ist ganz schön auf den Rücken und die Ambiance ist ganz schön Wir hoffen, wir hoffen! Wir hoffen, wir hoffen!